die mega geile sind das mal bitte ist der steigt mal aus und wieder daheim war voll verpackt bei mir das ist cool aber die FPS sind hier wirklich mies also nicht die besten na dann müssen wir mal ein bisschen runterdrehen hier oder? hallo was? denk dran ich brauch kniften also vielleicht mal irgendwo gucken wenn was rumsteht Baumstein mich verarschen das kleine Pisssteinchen das ist ein Ofroder mann wird übrigens langsam wieder hell in sich echt? ja nicht wirklich es ist 5.23 morgens so dann hallo gleich weg kniften warum stehst du? achso warte muss ich schon mal das hübsche Ding hier auspacken ja der war ein bisschen nach jetzt ne obwohl ich finde die Version von dem CESAR besser ja hey wie bist du aufgestanden bitte? achso du stehst ja in der Mitte du kannst doch auch schießen und dann ne ich kann mich nicht bewegen doch mit steuerung ja doch mit steuerung da kannst du normalerweise dein Ding ist nicht ne wenn ich steuerung drücke dann ah jetzt ja wenn er auf dem vorne sitzt neben Pablo kannst du sogar nach vorne schießen also oh mein Gott ich kann auch nach vorne schießen also halb nach vorne halb nach vorne genau wenn die vorne zu schießen ja es gibt noch so ne Version die hat vorne rechts sowieso nur so ein MG montiert ja ja gibt ja immer bewaffnet unbewaffnet Oko da hinten sind ein paar Autos hast du die schon gelootet? äh ist ne Crap dran nix besonderes ich hab ne schöne Kluft hier gefunden was hast du denn noch? ach die hast du ja selber eingebracht was hab ich? die brauchst du ja selber oder hast du noch irgendeine Hübert weil ich hab nur meine ne die brauch ich selber ich habe äh also im Auto jetzt noch ne LRR immer so nebenbei ne boah schnippern ey wir können auch tauschen wenn du möchtest glaub ich jetzt Blackstreet warte ich leck dir mal was rein mach mal ein Neutwitziger an ne ne mein Bildschirm manchmal äh hab sie Wackelkontakt bei mir äh mal die Mikabel ja ja guck mal ins Auto guck mal ins Auto guck mal ja bitte jetzt willst du ohne Mischbeln was denn? ohne Mischbeln ja immer wir sind aber Wasteland ok oh Licht Licht Lichtton ja Deutton achso ok so kann ich die Waffe jetzt gerade nicht also da Loot 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 dann kann ich da nicht zugreifen na jetzt da gar nix drin aber warum bin ich verletzt ey der wird los ja so wie Pablo fährt das Licht das Licht kommt guck mal im Hello Kitty Car lol äh da ist grad was Neues gespawnt cool ja das Schwebfolter da hast du gesehen ja ja ich glaub wieder nix drin oder man kann ich glaub wieder nix drin oder man kann ich würd nur reingucken das Geile ist ja auch hier warte YOLO YOLO äh hier liegt ein Tod, oder? das Geile ist wie er die Sniper hinstellt guck dir das mal an da liegt ne Leiche ist mir egal guck mal da an wie der sich die Sniper hinstellt wenn du draufstehst ja ja ich sag jetzt nicht noch mal die Leiche das ist mir egal ob da ne Leiche liegt da würd ich nur drauf hinpassen was da ne Leiche liegt ja ich hab's gesehen die ist auch wegen mir da glaub ich keine Ahnung boah dem Scheiß irgendwie nicht da vorne steht doch einer oder bin ich besoffen Gibt's hier NPCs die einfach so rumstellen als Händler? hm wo ist bei dir wo genau? äh Willi das ist ne Parkuhr das ja vorweiten ist aber nicht aus wie ne Parkuhr warum bist du denn auch verletzt? mach mal meine sanitätischen Dienste hier und mal zukleben die Scheiße die geht's immer noch beschissen hm soll jetzt zweimal Tag werden hier dann seh ich auch was mit dem Scope ja ne Parkuhr okay äh kannst du auch auf die Parkuhr? äh gut hier nur in Fahrzeugen oder? ja ja das ist halt Deutschland ja ich hab da gar nicht so ausglittert halt wenn hier irgendwo was umkämpft schau wir mal siehst du eben nicht äh müsste das eigentlich auf dem Ganztor normalerweise steht da ein Ganztor und dann steht da Enemies ja das lustige ist bei mir steht überhaupt nichts weil ich irgendeinen Fehler doch unten auf der Insel da muss ich den MP Mission Cage löschen ne ich hab nen Fehlherr dann siehst du das unten auf der Insel sind ein paar ein Pus ein Pus ein Pus ein Kaliber 50 Auto Pablo ich hab nen Kaliber 50 gefunden was hast du gefunden? nein das ist ein Kaliber 50 ooooh Norden 3,30 ja ein Offroder oh ja ja ok das ist ja kacke weil du sehr offen bist denn wie bist du denn jetzt da runter? mal vorgesprungen bist du bekloppt Alter wir sind hier immer noch in Armer gut ich steck im Stein fest zu viel zu wir sind hier immer noch in Armer waaaa the fuck ok ich bin runtergefallen und bei den bei den Greisen gelandet Alter aua das ist ein scheiß Trick so geht dir hallo geh weg von deinem Auto das glaub mir ich freu mich so wenn dieses scheiß deal zähnke fällig ist ne rauskommt sag mal sag mal so überprüft man ja im kleinsten mit mehr ne 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 nicht will eine ne 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 wer von euch ist jetzt Kulutschi? drück am Knustrasse da mal, dann siehst du die Namen ok ja ich hab 10.000 Dollar aufgestanden gehau rein Kako warum läufst du denn da so planlos hier durch die City? gucken sightseeing oder weil er nen Truck gefunden hat warte Pablo warte ich du auf mir warte ich du auf ach das ist ja das ist das Cäsar-Dinge ja du kannst dich aber auch nicht vorne rausschießen sondern an der Seite echt du kannst dich nach vorne rausschießen? ne komischerweise nicht jetzt haben wir sogar ein bewaffnetes Fahrzeug he kannst du das zweibein auflegen? ähhh ne ne 2 Leichen das gefällt mir alles so gar nicht ach sind nur Leichen ja klar Leichen bedeutet aber dass hier keiner geschossen hat ja dann schießt du zurück wow weiß nicht das geht so ja man hier musst du nicht muss hier keine AP machen? ne in falsche Richtung WTF Alter der hängt geil aber das ist schon ein bisschen ätzend dass du vorne nicht rausschießen kannst kannst du musst dich aber drück mal tolle Steuerung nochmal warum steht hier hinten normal zum ficken Leuchtturm mit auf der Straße? weißt du ein Leuchtturm mitten auf der Straße? ah lol WTF warum ist denn hier? warum ist denn hier? haha 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 ticke alter haha ticke alter ticke alter du schlägst mich mit Leuchtturm halt haha 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 WTF pablo du bist mega sneaky alter ich schaff in euch haha for fuck's sake haha haha also bei dir wird definitiv dich wird niemand sehen alter nie mal haha stelle dir vor du hängst jetzt so auf dem Hügel und siehst da den Leuchtturm durch die City laufen alter haha 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 was ist das denn ey? warte mal dann muss doch die Straßen freiräumen was ist denn mit der Wicht? haha haha Alter wie das aussieht haha haha trägt da einfach einen fucking Leuchtturm durch die Gegend ey holy shit Leute was ist das denn alter? das ist eine Base an der Base an der Base der Leuchtturm ist der Hammer warte mal da hat jemand eine Base gebaut naja gut mehr oder weniger oh guck mal hier liegt Zeugs auf dem Boden hier liegen auch rüber Leichen oh hier ist ein Hähmchen ne das ist nicht ich geh mich mal verstecken hier drinne soll ich mal das Alter was ist denn hier passiert bitteschön? hallo ich nehm mal das Funkgerät von dem Typen vielleicht sagt ja jemand was guck alter das ist halt Tag Radio hallo ich glaub nicht dass wir hier alleine sind oder? jetzt einfach mal so an ne weil hier auch ein paar tote liegen lag? habt ihr gerade auch lag? boah was ist das denn für ne Knarre warte wat? oh das ist die weißt du was das Ding ist was unten dran hängt Koleji? hat Kaliber 50 ja genau dat Ding es liegt hier man das sind aber keine NPCs oder? doch zeigen wir zumindest das war ja vielleicht ne Misch die ja durchgekommen ist und deswegen gingen ja so viele tote vor dem Braten trotzdem nicht ich hab ein fucking 50 Cal unter meiner are you shitting me man? wie da einfach zwei Munitions Slots hat aber ich will die LR nicht wegwerfen scheißdreck ich brauch keine Muni dafür guck mal ich hab auch ne Raketenwerfer aber guck mir guck dir mal an wie stylisch das Ding hier aussieht guck mal hm hm Leute das drunter ist immer mein 50 Cal the fuck da ist es n das das sieht voll geil los ne ja da müssen wir die Munition haben aber falls wir die Bringen rausnehmen naja ich nehm wieder meine LR nehm ich mehr von der legt einer unter der Karre 5 Minuten nur die Fiese rausgucken sag mal warum bist du die ganze Zeit verletzt? was ist mit dir los? ja ich hab nur 75 also oh halt wieder diese Ventilatoren alter hier liegt auch noch einer ey sag mal we-weil ich stalle raus also entweder verschwinden die Leichen einfach nie ok Kuluchi ist auch verletzt was hast du da alter what the fuck holy shit heftig ja ich hole dir die Karre hoch du holst die Karre jo? oder was hast du jetzt gesagt? Karre holen nee ich warte hier nein 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 nicht nein 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 Jetzt